Bei uns ist nach wie vor im Studio Ulrich Wickert, langjähriger Korrespondent der ARD in Paris. Ja, da hat sich ein junger Außenseiter gegen alle etablierten Parteien durchgesetzt. Was ist das für ein Mensch, den die Franzosen sich da zu ihrem neuen Präsidenten gewählt haben? Er hat sich ja durchgesetzt, weil er Glück gehabt hat. Das muss man als erstes sagen. Das war nicht seine eigene Kraft nur, sondern es war die Schwäche der anderen. Es war die Schwäche von Fillon, der gewählt worden wäre, wenn er nicht diese ganzen Affären gehabt hätte, wo er seiner Frau und seinen Kindern staatliche Gelder zugeschüttet hat. Es war die Schwäche der Linken, dass die einen Kandidaten hatten, mit dem wirklich kein Staat zu machen war. Emmanuel Macron war jemand, der mutig gewesen ist, der ganz klar gesagt hat, ich will mal einen neuen Weg in Frankreich versuchen, den bisher in der Fünften Republik noch niemand versucht hat. Ich will kandidieren und zwar ohne eine Partei. Der ist ja auch kein Mitglied der Sozialisten in den letzten Jahren mehr gewesen. Ich will selber eine Bewegung gründen und hat das sehr klug gemacht. Er hat Anfang des letzten Jahres über das Internet eine Bewegung mit durch viele junge Leute ins Leben gerufen, die En Marche heißt, vorwärts, los geht's. Und da brauchte man sich nur über das Internet einzutragen, dass man sagt, ich mach mit, dann war man Mitglied. Und er hatte ganz schnell mehr als 200.000 Anhänger, die die Bewegung getragen hat. Und was wissen wir über sein Programm? Wir wissen mehr, als die Leute immer sagen. Sie sagen immer, wir wissen nichts über sein Programm. Er hat relativ viel über sein Programm immer schon wieder gesagt. Das Programm besteht aus mehreren Punkten. Ich glaube, dass der erste Punkt und der wichtigste Punkt sein wird, die Wirtschaft wieder anzukurbeln durch verschiedene Maßnahmen. Die wichtigste Maßnahme, das wird jeder Wirtschaftswissenschaftler Ihnen sagen in Frankreich, ist, das Arbeitsrecht so zu reformieren, dass die Unternehmen leichter Leute wieder anstellen. Das zweite wird sein, die Bildung voranzutreiben. Da hat er auch Programme, dass er sagt, gerade in den Gebieten, wo es eben, sagen wir mal, junge Leute gibt, die schwer in die Schule gehen, müssen die Klassen halbiert werden. Also da muss man 120.000 Lehrer zusätzlich anstellen. Das geht nicht ganz schnell. Das dritte ist, wenn er sagt, wenn ich das Wirtschafts-, wenn ich das Arbeitsrecht verändere, dann muss ich auch die Arbeitslosigkeitsregeln verändern, dass die plötzlich für alle gelten. Sie gelten nicht für alle. Also da ist eine ganze Menge, was im Programm schon da ist. Ja, 35 Prozent, knapp 35 Prozent für Marine Le Pen. Ist das ein Erfolg oder ein Misserfolg für Marine Le Pen? Grundsätzlich ist es ein Erfolg für Marine Le Pen, weil der Front National noch nie so viele Stimmen bekommen hat. Das sind etwa 11 Millionen Stimmen. Also beim ersten Wahlgang hat sie schon 7,5 bekommen. Auch so viel hatte der Front National noch nie bekommen. Also ist es grundsätzlich ein Erfolg. Misserfolg, weil sie nicht Präsidentin wurde. Aber diese große Anzahl von Stimmen ist enorm. Ist ihr die Entdämonisierung des Front National, wie sie immer sagte, dass das ihr Ziel ist, ist ihr das gelungen? Ist ihr weitgehend gelungen. Also sie hat einen Fehler gemacht in der Diskussion am letzten Mittwoch mit Macron. Da ist sie wieder die Alte, die Hässliche gewesen, die immer nur gemotzt hat und von Politik eigentlich wenig gesagt hat. Aber die Entdämonisierung ist ihr schon bei sehr vielen Menschen gelungen, weil sie den Antisemitismus, dieses Neonazi-Gehabe ihres Vaters und einiger ihrer Mitglieder, die sie immer noch hat, das hat sie runtergebügelt. Und sie hat versucht, ich bin die nette Mutter, ich vertrete das Volk, ich trete was. Sodass manche gesagt haben, es gibt einiges, was uns nicht an ihr gefällt, aber wir wählen sie trotzdem. Wir werfen den Blick nach vorne. Schon in einem Monat sind Parlamentswahlen in Frankreich. Da muss Macron sich eine eigene oder eine neue Mehrheit in einer Koalition suchen. Wie beurteilen Sie seine Chancen, da zu einer Mehrheit zu kommen? Zunächst mal aus eigener Stärke mit seiner Bewegung en marche. Ich muss sagen, das kann kein Mensch jetzt vorhersagen, was da passieren wird. Weil das französische Wahlverhalten ist eigentlich so, dass die Franzosen sagen, jetzt haben wir einem Präsidenten die Mehrheit gegeben, jetzt geben wir ihm auch die Mehrheit zu regieren. Das ist mehrmals schon so gewesen, aber es muss hier nicht so sein. Auch deswegen, weil Macron ja nur aus der Bewegung en marche heraus seine Kandidaten aufstellt. Weil wir nicht wissen, was passiert auf der Linken, wo Mélenchon, der Linksextreme, der ja fast auch 20 Prozent bekommen hat, sich nicht durchringen konnte aufzurufen, wählt Macron. Weil er jetzt sich stark macht als derjenige, der die Linke in Frankreich repräsentiert. Und wo wird sich jetzt Macron Koalitionspartner suchen, wenn er keine eigene Mehrheit hat? Bei den Republikanern oder links? In der Mitte ist das Problem. Er hat ja gesagt, ich bin weder rechts noch links. Ja, er hat ja eine Wahlkoalition schon mit dem bürgerlich-liberalen Beirut gemacht, jetzt zu dieser Wahl. Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, weswegen er Gewalt gewählt hat. Aber dann muss man auch gucken, was passiert zum Beispiel auf der rechten Seite. Die Republikaner sind schon in zwei Blöcke gespalten, nämlich einen Block, der sehr nah am Front National ist. Und dann aber einen Block, der sich an Macron ran nähert schon und sagt, ja, wir müssen doch zusammenarbeiten. Der 50-jährige Senator Baroin, der sagt immer, ich bin auch bereit, Premierminister zu werden, wenn wir die Mehrheit bekommen. Es gibt auf der Linken einige Politiker, wie zum Beispiel der Premierminister Weiß, der unter den Sozialisten hier selber bei der Präsidentschaftskandidatur antreten wollte. Der hat gesagt, ich bin auch bereit, mit Macron zusammenzuarbeiten. Wir müssen uns überraschen lassen. Wir haben ein paar Reaktionen von deutschen Politikern. Wir können ja mal anfangen mit Christian Lindner, der sich folgendermaßen auf Twitter geäußert hat. Emmanuel Macron, Glückwunsch, haben im LSE jetzt einen Gesprächspartner, der Europa besser machen und nicht abwickeln will. Dann die Reaktion von Cem Özdemir, dem Spitzenkandidaten der Grünen. Glückwunsch, Emmanuel Macron, danke Frankreich. Jetzt steht die Bundesregierung in Verantwortung. Deutschland und Frankreich gemeinsam für ein starkes Europa. Und last but not least, Martin Schulz. Herzlichen Glückwunsch, Emmanuel Macron. Und jetzt machen wir Europa gemeinsam besser. Also ganz viel Hoffnung auf einen jungen 39-Jährigen, der heute Präsident von Frankreich wurde. Herzlichen Dank an Sie, Ulrich Wickert, dass Sie uns durch diesen Abend begleitet haben, inzwischen schon sechseinhalb Stunden lang. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.